servus und grüß euch auf mein kanal der bienenbastler weiß nicht wie es euch geht aber ich nutze die stille ruhige phase nicht nur zum basteln natürlich gibt schon wieder einige projekte nein ich nutze die auch zum lesen und ich muss zugestehen ich bin keine typische leseratte aber ich habe jetzt ein buch das mich schon seit längerem gejuckt hat nicht nur weil es ein imker kollege ist nein er ist auch youtube kollege und ich meine das buch von michael von michael ullmann hinten ist ich fange es mal andersrum an ich fange von hinten an da hinten sehr schöne zusammenfassung vom buch selber bienhaltung beuten und betriebsweisen warmverhinderung völkervermehrung orobekämpfung krankheiten und links ist so ein kleiner sticker mein weg zum eigenen und ich kann das buch wirklich jeden anfänger empfehlen ich finde es total interessant geschrieben ich finde es ja kurzweilig das ganze hat 120 seiten der einzige michael da darfst du mir böse sein ich blende es mal ein das cover blende ich jetzt ein das einzige was mir persönlich jetzt nicht so gut gefällt ist der titel einräumig imkern auf zander ich sage mal wenn sich ein erfahrener imker das buch kauft nur wegen den informationen einräumig imkern da ist vielleicht ein ticken zu wenig drin bzw da hätte ich mich persönlich dann mehr erwünscht da wäre vielleicht der titel schlau gewesen imkern mit michi oder mein weg zum eigenen honig das wäre eigentlich der perfekte titel gewesen nur so als anmerkung ansonsten finde ich es echt schön geworden und das kostet noch einmal einblenden das kostet aktuell 16 euro und immer wer noch ein weihnachtsgeschenk sucht bin ich ist es echt passendes buch für anfänger fortgeschrittene oder einfach wenn man sehen möchte wie vielleicht der andere imker seine imkerei aufgebaut hat ja auch bearbeitet wie gesagt der titel ist vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt nennen wir es mal so ich hätte ich hätte es einfach wie hinten drauf steht mein mein weg zum eigenen honig aber mich hat es wie gesagt schon länger gejuckt und finde es echt interessant wie man dann quasi als imker als youtuber ein eigenes buch schreibt da bin ich echt begeistert und ich finde es echt klasse dass du sowas auf die beine geschirrt hast grüße gehen raus michi vielleicht siehst du das video vielleicht lasst auch einen kommentar da ihr dürft es natürlich auch einen kommentar da lassen freut mich auch ein daumen und abo ist bei mir immer gern gesehen ihr könnt es natürlich ich werde euch das buch unten in der video beschreibung verlinken und wer es direkt über meinen link bestellt unterstützt natürlich auch meinen kanal ein bisschen bleibt eine kleinigkeit auch bei mir hin post euch nicht mehr und ich finde das ist ein schönes weihnachtsgeschenk ich sage wie immer dankeschön fürs vorbeischauen bis euch und ein anderes mal